Wotzi, los, fang! Mortimer, fang! Wotzi, lass Mortimers Knochen fallen. Hol dir deinen! Au! Ich bestehe zwar aus Knochen, aber deshalb muss man sie nicht gleich nach mir werfen. Oh, Verblitzt, es tut mir so leid. So etwas wollte ich wirklich nicht tun. War ein Scherz. Skellita, Modedesignerin der Extraklasse. Ich kenn dich doch. Ja, Frankie Stein, Knochenrechende der besonderen Art. Ich hoffe, du brauchst das nicht. Ach, das kommt vor. Ich fühl's vorher immer in den Knochen, ob irgendwas Gutes passiert oder Schlechtes und dann brech ich zusammen. Heute waren's wahrscheinlich nur die Nerven. Ach ja, der Welches Fleisch gibt's heute Montag macht mich auch immer nervös. Ach nein, nicht das. Ich nehme heute am Junge Monster machen Modewettbewerb teil. Ich bin endlich alt genug, um teilzunehmen. Als kleines Mädchen habe ich davon schon ein Hexiko geträumt. Als Kind habe ich meine Abuela immer bei der Arbeit zugesehen. Sie ist die beste Modedesignerin der Stadt. Ich sah mir ihre Zeichnungen an der Wand des Ateliers an, die sie selbst für den Wettbewerb angefertigt hatte. Sie waren großartig. Aber sie hat nie gewonnen. Deshalb nutze ich alles, was Abuela mir beigebracht hat und werde ihr zu Ehren gewinnen, indem ich ihre alten Entwürfe verwende. Sie wird so begeistert sein, wenn sie's erfährt. Da stehst du aber unter Druck. Kein Wunder, dass du nervös bist. Ich bin nicht immer автомобilien und ich dich dabei habe. Bis zum nächsten Mal.